Ah. Lade nach! Ich lade nach! Feuer schuld! Wir bleiben noch 10 Sekunden. Wir sind letzte der Hinweis der Gegner. Nice. Junge! Wer war das denn? Wie viel Anlag kann man haben? Wie viel Anlag kann man haben? Ich lade mein Magazin! Ich lade mein Magazin! Ich lade mich nicht. B ist schon ein... Ehm... Hier ist ein Monty. Ja. Ja. Fuck, ich brauch Hilfe. Monty's Setbox ist sehr groß. Du bist da unten, soll ich zu dir runterkommen? Ich bräuchte ein bisschen Hilfe wegen dem Monty. Wo ist der? Und die ist der letzte Circle. Ah der ist, der ist On-Spot. Nice. Gerade alle Kills in der Runde gemacht, also die vier die ich jetzt habe, glaube ich waren alle aus der Runde. Ne du hast einen Kill vorher gemacht. Hm. Das ist safe für einen vorher gehabt. Ich habe einen. Oh dieser Recall, das geht ja noch gar nicht mit. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ja, das ist gut. Ich glaub von der Tür wird aber auch keiner mehr kommen. Fuck! JA! JA! WARSCHEINNLICH! Hier sieht man zwar überhaupt nicht schlecht, aber komm. Hinter dem Raum. Hinter dem Raum. Deine Identität ist aufgelost. So, es ab. Und von der Treppe. Jemand macht Jagd auf dich. Jekyll fuckt doch nicht ab, Alter. Vorsicht, er ist verfolgt. Pass auf! Kann ich die Tür wieder reinpassen? LOL. Als ob der den Winkel von da oben halten kann. Ist das ein Dropper? LOL, was? Ach so, da ist auch noch ein Dropper. Ooooooh. Dumm. Mh. Okay, Mirra, ich denke, du kannst, äh, defuse. Vielleicht auf den Dropper. Mal schauen, wer den Dropper macht. Ah, er hat einen. Post. Verstört. Und ist hier unser eigenen Prozess. Nice. Weil der Einer, der hier oben kann, in dem Smart Tower. Oh, ey, das ist doch... Ja, aber schau, man! Ey, das ist... Hitfire, weißt du? Hitfire ist manchmal so OP und manchmal so useless. Alter, es kann doch nicht sein... Ja, oben, über dir. In dem kleinen Raum links da. Auf der Terrasse. So. Da. Bei mir hier oben. Da. Da, die oben. 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 Die oben, das ist ja oben. Alles war gut Das ist doch peinlich gewesen Das hat keiner gesehen Warum steht der da in der Ecke? Das ist doch so ein richtiger Ehrenhund Der Defuser ist bei mir scheiße Seit wann ist das ein Fenster? Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp Das habe ich ja noch nie gesehen Das Fenster Oh man alter Welches Fenster denn? Ja ist egal Der Fall betrifft dich nicht Das ist doch Das ist doch